Arbon Arbon ist eine schweizerische Stadt im Kanton Thurgau. Sie ist zugleich der Hauptort des gleichnamigen Bezirkes. Hintergrund Die Stadt liegt am südwestlichen Ufer des Bodensees. Sie ist nachweislich seit der Steinzeit besiedelt, wurden doch am Ufer steinzeitliche Pfahlbauten gefunden. Die bronzezeitliche Siedlung an derselben Stelle, war sogar der Namensgeber für die Arbon-Kultur, siehe Wikipedia, Arbon-Kultur. Es wird vermutet, dass sich am Hang einer römischen Siedlung befand. Allerdings ist archäologisch nur das spätrömische Kastell nachgewiesen, welches in der römischen Literatur als Aberfelix erst spät um 300 n. Chr. erstmals erwähnt wird. Die Stadt erhielt im 13. Jahrhundert zuerst das Markt und danach das Stadtrecht. Mit der Bahn der befindet sich an der Eisenbahnlinie zwischen Rorschach und Romanshorn, auf welcher die Züge der S7 und der S8 verkehren. Mit dem Busses fahren regelmäßig Niederflurbusse von und nach St. Gallen. NFB 200, NFB 201 Mit dem Fahrrad-Bodensee-Radweg-Rheinroute-Rheinradweg Auf der Straße die Stadt besitzt zwei Ausfahrten an der Anschlussautobahn A1.1, Arbon-Süd und das Autobahnende Arbon-Nord. Die Anschlussautobahn endet bei der Verzweigung Meckenhorn in der A1. vom Autobahnende führt die Hauptstraße Nr. 13 den Bodensee entlang nach Kreuzlingen, Konstanz, sowie die Hauptstraße Nr. 14 nach Weinfelden. Mit dem Schiff Schiffe der Weißen Flotte, die im Sommer auf dem Bodensee verkehren, laufen auch Arbon an. Dies hat jedoch eher Ausflugscharakter als eine praktikable Art der Anreise. Wer mit dem eigenen Boot auf dem Bodensee unterwegs ist, kann den kleinen Hafen von Arbon ansteuern. Mobilität Sehenswürdigkeiten Sehenswürdigkeiten Die katholische Kirche St. Martin entstand an der Stelle einer romanischen Basilika. Der Rumpf entstand 1457 und erhielt 1895 einen Aufbau in der Tudor-Gothik. Der Chor wurde 1490 erbaut, das Schiff zwischen 1786 und 1789. Im Innern befindet sich eine sehenswerte spätgotische Marienfigur. Die Gallus-Käppelle befindet sich auf dem Unterbau der Kastellmauer und des Südausturms des römischen Kastells und wurde vermutlich schon im 7. Jahrhundert gegründet. Das Schiff ist im romanischen Stil gehalten, während die Pelligne Lapsis nach 1768 erbaut wurde. Im Innern finden sich Reste von Fresken aus dem 14. Jahrhundert. Links neben dem Eingang ist ein Feldstein eingelassen, der die Fußspur des heiligen Gallus zeigt, der 612 hier das Ufer erreichte. Das katholische Pfarrhaus entstand aus dem Roten Haus, das 1704 erbaut wurde. Es wurde 1783 im Stil des Spätrokoko für den heutigen Verwendungszweck umgebaut. Das Rathaus liegt im alten Stadtviertel und war ursprünglich ein Freihof. Das Stadthaus an der Hauptstraße war ein ehemaliger Leinwandherrensitz. Es wurde für die Leinwandherren Alberti zwischen 1768 und 1769 umgestaltet und 1941 durch Oskar Linder zum Stadthaus umgebaut. Im Saurer Museum werden restaurierte, fahrtüchtige Fahrzeuge des renommierten Arbona-Herstellers aus den Jahren 1911 bis 1980 gezeigt. Im Saft- und Brennereimuseum der Mosterei Möhl sind alte Maschinen und Geräte der im Oberturgau traditionellen Süßmost- und Apfelweinherstellung ausgestellt. Einkaufen Die meisten Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen befinden sich an der St. Galler Straße oder in und um die Altstadt. Sicherheit An der Bahnhofstraße 16 gibt es einen Polizeipusten. Ebenfalls besitzt die Stadt Arbon eine Stützpunktfeuerwehr.